Meine Damen und Herren, willkommen hier bei Call of Duty, zusammen mit meiner Schwester Angie, ein Wiederholungsspiel, was wir gerade gespielt haben, oder Angie? Angie? Ja. Ja. Und wir haben ja dieses Level gewonnen, das war schon spektakulär ohne Ende. Auf alle Fälle, das haben wir jetzt am Anfang ein Spektakulaster, zack, ich war Jukirnaut, ok, nichts besonders, das haben sie mir auf mich eingelassen, so gut war ich nicht. Ja, war ich cool, weil was mir am Schluss gelungen ist, das hatte ich noch nie. Ja, mit allem wie die Flotte geht, hau ich einen zweiten Gang rein, und ich lasse mich schneller laufen. Hey, ich hab Fotos, schau mal, mit, mit Face, ähm, ähm, ähm. Ich weiß alles, ich mach gerade eine Aufnahme an, die aber reden kann ich schon. Boah, ich bin schon wieder fast hier. Zwei Abschüsse von Spezialisten von uns, die sind direkt, keine Ahnung, es waren zu viele Bränker danach. So, ich lasse mich jetzt auf den Schiff auf den Schiffen gelaufen. Da krieg ich jetzt dann auch, Spezialistenbonus, ruhig. Und das tut mir. Spezialistenbonus, der reihe. Spezialistenbonus, kein Kaufe. Das hört sich immer so cool an, gell? Angie, bist du noch da? Ja, ja. Ich schau mir jetzt nur die Wiederholung an, weil das am Schluss war auch echt geil. Also am Schluss machen wir auch voll gar nicht so. Dazwischen hatte ich auch fast nochmal Spezialistenbonus, was Chuggernaut her angibt. Was machst du jetzt schnell, Angie? Ähm, Facebook, meine Bilder habe ich angeschaut. Da war ich jetzt, ich schaue noch, genau. Da habe ich dann die Bombe platziert. So, das machen wir nochmal die Geschwindigkeit. Das ist geil. Die beste Szene ist am Schluss. Angie, das musst du dir dann einmal anschauen, okay, auf YouTube. Oh, das ist okay. super. Ich weiß, dass du dir das kaphart Alferson fühlst. Ich gehe dir das in der夢. Wenn du das! Ich geh dir das! Ich gehe dir das an. Hätte ich mich hinlegen können. So, jetzt kommt das gleich an, die Szene, wegen der ich das eigentlich nur noch gestartet habe. Voll der Mund, die Abflüsse. Juggernaut ausgeschaltet. Fuck off, das warst du, gell? Und dann ist keiner hin von uns, die Leute. Da war er auch wieder hier, der Juggernaut. Und jetzt nimmst du die Juggernaut-Panzerung und platzierst die Bombe, gell? Und ich komm da grad. Da müssen wir jetzt runtergehen, weil die Szene ist einfach genial, was da jetzt passiert. Donnerstag, Alter. Nein, da ist es, da ist es noch nicht. Da ist es noch nicht. Ich sterbe es noch einmal. Und jetzt kommt dann die Szene. Jetzt kommt die Szene. Die ist so geil. So, jetzt müssen wir runtergehen. Meine Damen und Herren, das müssen Sie sich anschauen, was ich da jetzt mache. Hahaha. Ein Multi-Abschuss. In den Haufen hinein. Schnell ziehen. Ich will nie gewinnen, so krass. Stalk. Hahaha. Stehen alle auf Wach. Die ganze Truppe ausgeschalten, Anschein. Und jetzt kriegt er einen Spezialisten-Bogos. Multi-Abschuss. Und jetzt kriegt er einen Spezialisten-Bogos. Multi-Abschuss. So, und dadurch war das Spiel gewonnen. Hey, warte kurz. Ich schau mir kurz noch was an. Na ja. Ich habe voll aufgeräumt der Abschluss. Das ist mir nur nie gelungen. Das war ein Glück ohne Ende. Das war ein Doppelabschuss. Ja. Ist sogar da angestellt. Der eine war nur besser als ich, 38, weil er drei mehr abgeschossen hat. Das war ein Doppelabschuss. Das war ein Doppelabschuss.